Na komm, Schatz, ab unter die Dusche. Willst du Cornflakes? Was wird das, Tega? Bitte nehmt euch ein Zimmer. Sorry. Sorry. Nein! Raus hier! Nichts davon ist real. Alle Erinnerungen wurden dir eingepflanzt. Mein Name ist Alice. Ich bin von Umbrella verschleppt worden. Durch dich konnten wir den Virus perfektionieren. Alles, was ich je gewusst habe, wird gegen mich verwendet. Jetzt können sie die ganze Welt beherrschen. Wir kontrollieren New York, Moskau, Tokio. Das ist der Anfang vom Ende. Ich werde dich töten. Viel Glück. Du wirst es brauchen. Umbrella ist mächtiger als je zuvor. Und wir sind die einzigen, die sie aufhalten können. Hey, wartest du auf eine schriftliche Einladung? Cooler Schlitten. Geist noch nicht. was war das lege, das ist zum Beispiel der acceptionen, die ein Partners Sonnage sind. Umbrella ist.